Natürlich wäre es spannend, mal ehrliche Werbemusik zu machen für die Produkte, was die eigentlich wirklich repräsentieren. Das wäre also ein sehr heterogenes Werk. Diese Pizza ist ein Meisterwerk industrieller Anfertigungen. Analogkäse, Salami aus dem Billigmarkt und eine leckere, besonders leckere Kruste, die schon nach wenigen Sekunden im Mund zerbröselt.